Nennen Sie einige Maßnahmen im Rahmen von TQM. Achtung, hier steht nennen, das heißt hier reicht es tatsächlich, wenn wir ein Stichwort nennen. Stünde dort beschreiben, dann müssten wir das, was ich hier jetzt nenne, beschreiben. Dann gäbe es aber auch mehr Punkte. Qualitätszirkel. Qualitätszirkel ist eindeutig eine Maßnahme im Rahmen von TQM. Innerbetriebliche Normen, die sich oft äußern, auch in Parolen. Parolen, ja, 99% ist nicht genug zum Beispiel, steht dann in der Produktionsfalle. Wir wollen 100%, innerbetriebliche Normen, damit meine ich, also 0% Ausschuss zum Beispiel. Kanban. Kanban ist ein System, um die Lagerbestände niedrig zu halten, um Platz und Kosten zu sparen. Kaizen, das System, das japanische System der kontinuierlichen Verbesserung. Dann die Werker-Selbstprüfung. Und dann noch etwas, was Sie eigentlich immer bringen können, wenn so eine Frage kommt, nämlich Mitarbeiter, das soll ein M sein hier, Mitarbeiter, Schulungen. Ja, das wäre eine richtige, gute Antwort, die die volle Punktzahl bringt. Ja, wobei man sich hier bei der Frage, wie viele Maßnahmen jetzt hier gemeint sind, an der Punktzahl ein bisschen orientieren kann. Ja, nicht immer, ja, das gilt nicht immer, aber so generell kann man sagen, vielleicht gibt jedes dieser Worte hier einen Punkt oder zwei Punkte. Das hängt auch vom Zeitbudget generell ab, sodass man hier sechs Punkte, vielleicht auch zwölf Punkte am Rand erwarten kann. Wenn hier beschreiben steht, beschreiben Sie einige Maßnahmen im Rahmen von TQM oder man könnte kombinieren, nennen Sie einige Maßnahmen und beschreiben Sie zwei Ihrer Wahl ausführlicher. Dann stünden aber mindestens 15 bis 20 Punkte am Rand. Ja, so muss man, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Wollen Sie lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnellernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.